Warte, Magazin Größe 100, die ZX-84MG. Warte mal, ZX-84MG? Äh, das ist gut. Haben wir bald ab 60%, haben wir jetzt noch 50. Ja, ich hatte mir gerade eine bessere Waffe gekauft, als die ich gerade gekriegt habe. Schöne Scheiße. Das ist schade. Völlig umsonst freigespielt. Ich spiele mal so einen Aufsatz frei. Ja, ich mache auch erst mal nur Waffen gerade, weil ich könnte da was für einen Inji oder Schrofflintenschalldämpfer. Also einen Schrofflintenschalldämpfer finde ich sowieso mega interessant. Ja. Uh, Alpha 3 hat natürlich sein Dings geändert. Ja, ja, ja. Sessionauswählung. Wollt mir der Grüne besser gefällt. Oh, nein, ich wollte... Warte, ich kann mir mein neues Symbol zeigen. Ich habe jetzt einmal nämlich das. Ich habe zwei verschiedene. Bei mir hat sich gerade nichts verändert. Jetzt hat nichts verändert. Nö. Muss wahrscheinlich wieder ins Spiel kommen. Genau. Jetzt. Ich habe einmal das. Warte mal, ich mache mal kurz das andere Ding, was da drüber ist, weg. Also ich habe einmal das. Und einmal das. Aber ich will das Goldene. Das kriegt man, wenn man fünf Gegner mit einer Granate tötet. Oder du sollst fünf Gegner mit einer. Also mit Granaten töten. Ah. So, jetzt suche ich mal eine neue Map aus. Deutsche Einheit gibt es sogar. Tötet 1990 Feinde mit einer der folgenden Waffen. Mit der MM28, mit der LMG4, LMG3, Everest oder Otto Ott. 1990 Feinde mit einer der Waffe gemacht hat und so ein Scheiß. Ne. So, ich bin für die hier. Warum willst du ein Raid machen? Achso, ist das Raid? Ja, ist wieder ein Raid. Ja, die sieht ja auch geil aus. Doch. Ja. Die sieht nice aus. Sind die überhaupt alle da? Pyre Schädeljäger-Kills aus. Das sind zwei Headshots hintereinander. Flossen hätte ich zugeladen, setz ihrer Aktivität ein Ende. Ja, hört sich geil an. Also ich bin bereit. Ich auch. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Hey. Äh, Partie. Krosser Schuh. Weiß die Wünste ab. Weiß die Wünste ab. Weiß die Wünste ab. So. Hilf einem getroffenen Teamkameraden wieder auf die Beine, indem du E drückst. Ach was, echt? Musst du nicht einmal. Der steht von alleine auf. Bis jetzt drück ich immer E. Er steht auch von alleine auf. Irgendwann steht er wieder von alleine auf. Ja, dort ein paar. Also es ist dort ein kleines Bestes. Dann steht er aber von alleine auf. Achso, ja. Oh, ich bin am langen. Wir sind ja freundlich und helfen den Leuten. Eben, wir sind Teamplayer und ich Team Schweine hier. Noch mal draufdrehen, wenn er lieb. Ja, echt? Steh auf, du blöder Penner. Ohne, ich steh auf, wenn du in der Lange spät bist du. Ach scheiße, ich wollte eigentlich die andere. Oh ja, oh. Oh, ich wollte eigentlich die Sniper gewechselt haben. Oh, geht's jetzt. Auf eurer Seite ist voll die Party, bei mir ist leer. Ich habe eigentlich auch bis jetzt nur den eingetroffen. Aua, was hat mich denn da gesehen? Aua. Aua, was schießt ja noch. So, wir sammeln. Löder Kerl. Wir müssen geradeaus. So, ja. So, dann. Oh, ich hasse Häuser, Kramp. Schön langsam vor. Bekunde, ich wechsel es kaum. Guckst du immer schnell nach rechts und links? Gerade durch. Und die Ecke. Ja, ich habe den nämlich gerade schon lasert. Ja, Fane. Das überlasse ich einfach mal dem, der weit schießen kann. Ach, habe ich mich. Hähna, ich habe mich voller Schrocken. Ich stehe da auch scheiße in der Ecke, ey. Ach, scheiße, ich stehe in der Ecke. Ich habe gerade gerade durchgelaufen. Scheiße, scheiße, scheiße. Wow. Warte. Oh, nein, ich muss durch den Arm. Egal, ich muss nachladen, ich muss nachladen. Hab den da hinten, hinter der Kante. Ich sollte mal aufhören zu crouchen, das nervt voll. Du bist doch mehr entdecken, okay, ne? Ich will doch nichts besser. Wir haben Heiler. So kann man das natürlich auch sehen. Hoch. Ne, so, da. Also ich habe volles Schild, volles Leben. Kein Thema. Ich habe auch volles Leben. Ich weiß nur nicht, ob Alpha gerade was daran... Ich habe mich gerade beeilt. Ach so. Ich kann den nicht mehr raus, der da greift, vor der Tür steht. Ja, weil ich aber auch gerade einen MG gefehlt habe. Bildi. Er ist gut, Männer. Ja, so. So, seinen Kollegen habe ich. Ja, wir sollten bis an der vorne gehen, sonst ist das echt gerade ein bisschen kacke. Wo sind wir aus dem Balkon? Will hier irgendjemand hoch? Nein. Ne, ich glaube, wir müssen nach der anderen Seite. Rechts weiter. Das ist jetzt noch vollkommen. Ach du scheiße, schwerer Schütze. Schwerer Schütze. Huch, da hinten würd ich. Raketenwerfer da hinten. Alter. Oben. Hinter. Ja, ich musste erst mal... Retteljäger. Oben am Fenster. Rechte, hinten. Ach, das ist ja jetzt schon dieser Fettlack, die ich hier ganz weit schieße. Komm her. Ich habe gerade keine Money. Komm her, Bibi. Alter. Wichse. Muss nachladen. Scheiße. Alter. Alter. Man kann sich hier nicht mal Deckung suchen, weil der Wichser hier einfach auf dem Park ist. Achso, möchtest du rein? Ja, ich versuche hier die... Kekse, Kekse ist gut. Ja, der da hinten. Aua. Hena. Dreh ich da nicht sofort um, wenn ich auf die schieße. Du lädst nach, ich läd nach. Ja, okay. Komm, jetzt hab eine. Scheiße, 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 sterbe ich! 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 Zack. Ich geb mir mal kurz neue Schild. Hier geb ich auch neue Schild. Alter, mein Aiming ist gerade so scheiße. Äh, keine Moonhandreife. Alter, dreh ich da mal besser hin, Will. Aua. Los, komm her, hier. Ach, warum crouch ich denn? Ich will weglaufen. Juhu. Na komm. Ich hab keine Dings mehr. Ammoni. Da hängen ja überhaupt gerade alle wegen der Kacke weiterzunehmen. Kirby. Kerby. Joah, ich komm. Zack. Bin wieder ins Haus gelaufen. Also, ich treffe sonst, dass du die Position hier oben haben willst. Äh, bringt jetzt die komplett Out of Moon, also... Wenn ihr ihn ablenkt, dann kann ich ihm immer in den Rücken schießen. Das können wir nicht ohne Mooni. Doch, in dem wir einfach nur gerade über ein Aufmerksamkeit halten. Wenn das auch wer schießen möchte. Hallo. Ja. Moin. Na? Na? Schön hier, ne? Ja, ist wundervoll. Alter. Oh, hat geleckt. Ich kann ihn nicht so treffen, weil er sich schon wieder beschissen gestellt hat. Keine Ahnung. Mahlzeit. Warum crouch die hier? Achso. Damit ich nicht hinter dem scheiß Wagen verstecken kann. Ich hab ja gar keine Mooni mehr, was du ich mach. Ja. 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 Mit dem Messer, Alter. Ich hab dich fertig gemessert. Ja. Ich brauch jetzt alles. Jaaaa. Wir sind der Boss, Alter. War das geil. Ich bin mal reingepiekt, ey. Wie blöd, Mann. Meeg- Ja. Ja. Wir haben wieder einen Roboter-Kreiber. Äh, ich glaub unser TS stirbt. War der Möbo? Ja irgendwie. Hör ich nur Roboter. Ne, jetzt hat sich's wieder gefangen, also. Ja stimmt, ja. Jetzt hat sich's wieder gegeben. die geben meine freunde den kisten passiert was hast du in ihm ja so er ist sehr leise momentan ja er hat nicht in die hose gegriffen hat die zwei mit dem er mal gefunden so ja warte ich muss mal kommen noch mal ein job da wie mach ich das eh re gedrückt halten du machst noch nicht schneller als jana wow da hat man gleich den richtigen sprengstoff genutzt war ich sehe ich muss unbedingt ein anderes scharfschützengewehr haben ja ich wollte das andere ausgewählt haben ich habe es aber verpeilt wieder wo war das mp jetzt ach so hast du schon getötet mann seid ihr schnell gerade gewesen was dort angeht da habe ich dran ja 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 doch hat gepasst da wo bin ich denn jetzt ist er weiter nö weil ich kann hier ne toll vorsichtig hinten durch schicht ich dachte ich kann jetzt voll assassine über die dächer laufen aber erst mal nicht tot so war oh runtergeflumpst was ist live der andere könnt ihr sowieso nicht die woher in solchen fessern mag ich gar nicht stehen dann gehe ich weg hier Ja, der ist scheiße hinter der Ecke. Aua, chill. Rücken durch. Zwei. Aua. Das war unfair. Haben zwei Schildtypes, gleich umgegangen. Ich will hoch. Er ist der scharfe Schütze, er muss so. Ja, man zieht den immer mit rauf, da kann man nichts gegen machen. Oh, wenn wir ein Fußball spielen, guck mal, da liegt sogar ein Ball. Oh, ich habe keine Muni mehr. Also, ich muss nachwarnen, wenn man nicht das. Dir. Ja, ich brauche gar keine Ansetzen. Kann man den Ball durch die Ring schieben? Ja. 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 Oh, Deutschland ist Weltmeister. Ja. Alle auf. Ich will auch einmal gegen den Ball treten, einmal. Ich glaube, den habt ihr mit dem Schuss bewegt. Ja. Oh. Vorsicht, Granate. Oh. Warum schmachst du immer Granaten? Was darfst du? Granaten? Cool schon. Wir kriegen ja immer neue, ne? Das ist es. Wollte ich auch so cool reinzleihen, hab'n falschen Knopf gedrückt. Cool, oder? Gute Arbeit, Team. Aber es ist ein Knopf dabei. Einfach so, hi. Nein. Hahaha. Ich bin sexy. Nachwarn. So, jetzt kommen wir aufs Schiff, glaube ich. Ja, ja, ja. Könnt ihr sein? Zwei von vier Schädelkills, ey. Keine Ahnung, warum es eben nicht geklappt hat die ganze Zeit. Double Headshots. Oh, doch keinen. Bei mir hier ist ruhig. Ja, bei mir auch. Boah, was ist der Melon? Ich hab's jetzt kaputt gemacht, die Geisterste. Nee. Das ist das Beste, was mir hier passiert ist. Boah, ich hab ganze neuen Beziels schon. Ist das heftig? Voll der Babo, ey. Ey, oh. Was kommt's da? Oh, aua. Oben links. Die Satellitenaufbindung zeigt eine starke Fläche. Sieht ganz oben. Alter, der will die ganze Zeit nicht sterben. Eure Mission ist es, möglichst viele feindliche Truppen auszuschalten. So. Halt, das hab ich gebraucht. Jetzt wird's interessant. Ich hab Angst. Einen Moment kurz. Exi, siehst du nicht eigentlich die, die niedrige Rüstung haben, nicht auch mit einem Symbol überm Kopf? Wenn sie ganz leer ist, ja. Also wenn du noch so ein bisschen was drin hast, dann seh ich das nicht. Das ist ja echt scheiße. Also immer schön sch... Außer auf Tapp würdest du's, glaub ich, sehen. Ne, ich seh's, wenn ich das, ähm, in die Hand nehme. Seh ich, wie hoch ihr seid, oder wie tief. Aber ich nehm's ja nicht jedes Mal in die Hand. Ne, klar. Äh... Deswegen immer schreien. Okay, wir müssen noch einmal Schädeljäger machen und noch zwei Headshots mit der... Ne, gar nicht, drei Headshots mit der Pistole. Auf was warten wir? Bin wieder da. Auf einfach. Auf den. Deaktivieren. So. So. Ah! Alter! Das mich mega erstreckt. Kleiner. Wer da? Achtung. Haben wir noch einer? Nö. Oh. Oben ist noch einer. Da. Weg. 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 Ja, ich wollte den Headshot einnehmen für Schädeljäger, aber Dark Ray war mal wieder voreilig. Haha. Ich hab einfach nur drauf geschossen. Wenn ich den Kopf getroffen hab, hab mal wieder random. Wo muss man das denn aktivieren, wo? Oso. Jetzt könnte ich genug rumballern. Ich möchte weiter hinten stehen. Oh, hier hab ich jetzt eh kommen. Yo, Schädeljäger. Alter. In der Bewegung mit der Handfeuerwaffe den Headshot zu machen, das ist scheiße. Aua, ich bin tot. 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 Achso, ja. Ich wusste auch nicht, dass ich im Weg stehe. Ihr müsst dazu Namen sagen, Kinder. Ja, echt. Immer und immer wieder. Irgendwer hier braucht Schließpumps. Das ist echt ein bisschen, ne? Ja, ich bin grad auch irgendwo hin. Ich bin da irgendwo hingeflogen, wo vorher gar nichts war. Ach, Mann. Aua. 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 Weißt du erstmal nachladen? Aua. Oh, was? Wie, Pinner. Alter, das. Ja, man muss für das Feuer hier vorsichtig sein, oder? Nein. Das sind die Checkner. Vor dem Feuer vorsichtig sein. Schließt was ich meinen? Ha, ha, ha. Gibt keinen Sinn, aber ist egal. Ja, ja. Ich krieg auch noch Brut. Ja. Herzschraubt mit der Kontrolle. Verdammt. Den krieg ich nicht ganz gut. Was? Lalalala. Ja, wir machen den Rest, was, was übersehen wird, das nehmen wir mit. Ja, wir machen den Rest. Mein Ensinn ist, wir machen das, was ich. Ja. Das ist ja das, wir haben das. Die Vögel zu lassen, aber es ist ja das Gericht, denn das ist ja das, das, was hier jetzt ist. Wir suchen. Vielen Dank.